Genau, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, hier, so wie ich es verstanden habe, den großen Rahmen zu spannen und das passt sehr gut, weil ich gemeinsam mit mehreren Co-Autoren und Autorinnen vor zwei Wochen diesen Bericht rausgebracht haben, den Sie hier sehen. Digital Reset oder Digitaler Reset. Es gibt nicht so richtig eine schöne Übersetzung, aber es ist eben eine Neuausrichtung oder ein Neubeginn für die Digitalisierung. Ich entschuldige mich noch kurz für meine Stimme. Ich bin etwas krank, aber ich hoffe, ich bin verständlich. Wir argumentieren also in diesem Bericht, dass wir die Digitalisierung ganz anders nutzen müssen, damit sie für Nachhaltigkeit Anwendung findet. Und ich möchte das gleich zu Beginn mit einem Beispiel illustrieren, das wir alle gerade machen, nämlich Videokonferenzen. Videokonferenzen oder insgesamt Videotelefonie gab es ja schon, gibt es schon seit mindestens 20 Jahren. Also es ist technisch möglich schon seit sehr langem und wahrscheinlich haben auch viele von uns das schon vor Corona, vor der Corona-Pandemie genutzt. Aber eben sehr selten, zum Beispiel über Skype für private Kontakte, selten näher in beruflichen Kontexten. Und durch die Lockdowns während der Corona-Zeit, wie Sie alle wissen, hat das stark zugenommen und hat zum einen ermöglicht, viele Arbeitsbereiche aufrechtzuerhalten. Viele Unternehmen haben ihre Leute zu Hause gelassen, konnten aber weiterarbeiten und zugleich aus ökologischer Perspektive Verkehr einzusparen. Jetzt ist der Corona-Lockdown natürlich insgesamt ein negatives Beispiel, nicht so wünschenswert, aber es zeigt trotzdem eine Sache sehr deutlich. Und zwar, dass digitale Technologien, selbst wenn sie da sind und ökologischen Mehrwert bringen können, wie zum Beispiel die Videokonferenzen, sie eben nicht unbedingt automatisch genutzt werden dafür, sondern es sehr auch starke, weitreichende politische oder gesellschaftliche Veränderungen bedarf, damit sie dann dafür genutzt werden. Und das zieht sich durch meine Argumentation für verschiedene Sektoren, wie Sie jetzt gleich sehen werden, dass wir eben digitale Technologien und Nachhaltigkeitswänden oder wie Sie es nennen möchten, zugleich brauchen und es nur so zu mehr Nachhaltigkeit führen kann. Ich mache einen Vierschritt. Zuerst argumentiere ich, warum wir denn überhaupt eine Neuausrichtung der Digitalisierung benötigen. Dann, wie die Digitalisierung in Sektoren, in sektoralen Transformationen genutzt werden kann. Das ist sozusagen der Hauptteil. Dann als drittes noch die Frage, wie der digitale Sektor selbst, also die Big Tech Unternehmen etc. auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden können. Und das vierte ist dann eine Zusammenfassung, wo wir zehn Leitstern, also zehn Hauptbotschaften nochmal herausgearbeitet haben in dem Bericht. Zum ersten Teil, warum die Digitalisierung, warum brauchen wir eine andere Nutzung der digitalen Technologien? Und da ist eine, also der Anfangspunkt ist ja zu sagen, okay, wir haben Nachhaltigkeitsherausforderungen. Und hier werfe ich nur die Worte in den Raum, ich habe nicht die Zeit, das auszuführen. Aber wir haben multiple Krisen, ökologische und soziale und jetzt Pandemie, Krieg in der Ukraine etc. Diese multiplen Krisen müssen gemeinsam angegangen werden. Wir haben eine Wachstumsorientierung, die es erschwert, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, haben das in Gesellschaft, in Ökonomie und in Politik. Damit zusammenhängend haben wir einen Überkonsum, also insbesondere in Ländern des globalen Nordens wie Deutschland, einen Konsum, der über den ökologischen Raum der Welt hinausgeht. Wir haben eine lineare Ökonomie, die Ressourcen aus dem Boden nimmt, dann Produkte daraus macht, wir nutzen die Produkte und dann werden sie weggeschmissen, sehr vereinfacht gesagt. Und wir haben umweltbezogene Ungleichheiten, also wir haben insgesamt sehr hohe soziale und ökologische, soziale und ökonomische Ungleichheiten in Ländern wie Deutschland, aber auch global. Und jetzt kommt dazu, dass Klimakrise und andere ökologische Krisen arme Menschen besonders stark beeinträchtigen. Die haben besonders schlechte Chancen, sich dem anzupassen und deswegen steigen die Ungleichheiten durch die ökologischen Krisen noch dazu. Das ist sozusagen der Rahmen, vor dem wir diskutieren können, okay, wie kann jetzt Digitalisierung beitragen, die Nachhaltigkeitstransformation zu meistern. Zugleich dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass die Digitalisierung selbst, die ist ja jetzt nicht erst seit gestern im Gange, ist immer die Frage, wie man es definieren will, aber seit 30 Jahren gibt es das, seit etwas mehr als 30 Jahren gibt es das Internet, wird das Internet benutzt. Auch davor gab es schon Digitalisierung und diese hat verschiedene Herausforderungen, Probleme hervorgebracht oder verschlimmert, die vorher schon bestanden. Ich glaube, viele davon sind geläufig. Also es gibt eine Monopolbildung in der digitalen Ökonomie mit den großen Unternehmen von Alphabet, Meta etc. Es gibt hinzu noch zu der normalen Machtkonzentration in Monopolen gibt es weitere Machtasymmetrien, die vor allen Dingen im Internet, in der digitalen Ökonomie dadurch zustande kommen, dass sich Informationen so stark bündeln. Und dass einzelne Unternehmen so viel über uns wissen, wie vorher niemand über Bürgerinnen in einem Land gewusst haben. Und das bringt natürlich Macht einher. Es gibt eine Polarisierung von Einkommen. Es gibt Digitalisierungsgewinner und Verlierer und tendenziell ist es so, dass die, die bereits hochqualifiziert sind und gute Einkommen haben, die können mehr verdienen, weil sie sehr nachgefragt sind. Und auf der anderen Seite gibt es Verlierer und Verliererinnen, die im prekären Bereich sich verlohen müssen, zum Beispiel im Lieferdienst und in anderen Bereichen. Es gibt das Thema der Überwachung, das ihnen geläufig ist und es gibt Überwachung zum einen, wie ich gerade schon kurz skizziert habe, von großen Unternehmen, die eine unheimliche Macht entwickelt haben, dadurch, dass sie Informationen haben und diese Informationen nutzen können, um unsere Aktivitäten, aber auch unsere Gedanken am Ende im Internet, im digitalen Raum zu beeinflussen. Mit Werbung, aber auch einfach mit der Art und Weise, wie Algorithmen geschrieben werden. Und es gibt zu guter Letzt eine Aneignung von Gemeingütern und das ist sicherlich eine kontroverse These, aber ich habe den Eindruck, eine immer weiter verbreitete, dass bestimmte Bereiche im Internet, wie zum Beispiel die Suche oder soziale Medien, dass das eigentlich gesellschaftlich so fundamental wichtige Güter, werden sie dann genannt, oder wichtige Bereiche sind, dass es keinen Sinn ergibt, die von einzelnen Unternehmen organisieren zu lassen, sondern die müssten eigentlich irgendwie öffentlich oder gemeinschaftlich organisiert werden. Diese Herausforderungen sind also der Hintergrund zur Frage, okay, wie kann jetzt Digitalisierung und Nachhaltigkeitstransformation gemeinsam gestaltet werden? Bevor ich da reingehe, möchte ich noch was zur Bestandsaufnahme sagen. Also ich habe jetzt die Herausforderungen gesagt, aber insbesondere zur ökologischen Frage ist ja die Frage, okay, was hat die Digitalisierung bisher gebracht? Heute ist das Thema Klimaschutz, ja, was hat die Digitalisierung bisher zum Thema Klimaschutz gebracht? Und hier gibt es inzwischen einiges an Forschung, sowohl empirisch als auch theoretisch, die sagt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt also positive und negative Effekte, aber die positiven sind eben kein Selbstläufer, so wie es oft dargestellt wird in den Medien, in politischen Diskussionen. Und ich sage da, ich sage zwei, möchte zwei positive und zwei negative herausstellen. Das Positive, das glaube ich alle kennen aus der Diskussion, ist die Effizienz, also industrielle Produktion effizienter machen, die Fahrtwege von Autos effizienter machen, etc. Auch ökologisch effizienter, nicht nur, dass man weniger Zeit braucht, sondern eben auch weniger Ressourcen und Energie. Und das stimmt, aber wenn man sich die Empirie anguckt, ist es bisher so, dass dieser Effekt sehr klein ist, also viel kleiner als oftmals erhofft. Das zweite ist die Substitution, das ist die zweite große Hoffnung, die mit der Digitalisierung verbunden wird. Also wir nutzen jetzt die Videokonferenzen und fahren nicht mehr. Aber was wir eben oftmals sehen, auch bei den Videokonferenzen, ist, dass zumindest nach dem Lockdown die Videokonferenzen weiter genutzt werden, aber die Leute trotzdem wieder reisen. Und diese Substitution, die eigentlich erhofft wird, auf jeden Fall nicht derart stattfindet, wie gehofft, sondern dass am Ende beides gemacht wird. Also die digitale Dienstleistung und das physische Gut, in diesem Fall, dass die Reise beides stattfindet, was ökologisch dann eben wieder uns nicht voranbringt. Und der zweite negative Effekt, Entschuldigung, die beiden negativen Effekte, ich habe jetzt gesagt, Effizienz und Substitution kann was bringen, bringt auch ein bisschen was, aber nicht so viel, wie erhofft. Die negativen sind zum einen, das wissen Sie wahrscheinlich auch, der ökologische Fußabdruck der digitalen Technologien selbst. Also Smartphones und Computer müssen hergestellt werden. Das braucht Energie und Ressourcen. Nur um eine Zahl zu nennen, es wird geschätzt, dass dieser Bereich, also die Produktion und Nutzung von digitalen Geräten, zwei bis vier Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ausmacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie 50 Prozent, aber es ist eben schon ein substanzieller Beitrag zu den Treibhausgasemissionen. Und der zweite negative Effekt, den ich besonders spannend finde, sind die Rebound-Effekte. Also zum Beispiel, dass wir durch die Möglichkeit, zeiteffizienter online zu shoppen, am Ende mehr kaufen, wäre ein Beispiel für einen Rebound-Effekt. Und aufgrund dieser negativen Effekte ist eben bisher, wir sprechen auch oft in der Forschungsgruppe von mir, über ein Nullsummenspiel. Also die positiven Effekte und die negativen Effekte heben sich ungefähr auf miteinander, was im starken Kontrast steht zu der Hoffnung, dass Digitalisierung Nachhaltigkeit stark voranbringen kann. So, wie kann es jetzt anders und besser genutzt werden? Wie kann die Digitalisierung sektorale Transformationen unterstützen? Und ich bin hier jetzt nicht auf der kommunalen Ebene, sondern, und natürlich überschneidet es sich, ich habe eben schon verschiedene Anknüpfungspunkte auch auf den Slides gesehen, mit Gebäudedatenmodellen, mit Dezentralisierung. Das überschneidet sich, aber ich bin hier erstmal auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene unterwegs. Und bevor ich in die einzelnen Sektoren reingehe, möchte ich noch sagen, was die allgemeine Logik ist. Ich finde das, also ich fand diese Grafik sehr hilfreich selbst. Und zwar befinden wir uns zurzeit im Status Quo, also wir fangen links an und der Pfeil oben drüber besagt, okay, wir brauchen diese tiefgreifende Nachhaltigkeitstransformation. Also das ist auch eine weitgehende Nachhaltigkeitstransformation, um Ziele wie zum Beispiel die 1,5-Grad-Grenze einzureichen. Also wirklich ökologische Ziele zu erreichen. Und die Herausforderungen unten habe ich eben schon genannt. Und jetzt gleich komme ich zu dem Prinzipchen rechts unten. Und was diese Grafik darstellt, ist, dass wenn man sich die einzelnen Sektoren ansieht, wir finden in allen Sektoren die Herausforderungen. Und also zum Beispiel sind alle Sektoren als eine lineare Ökonomie organisiert. Oder in allen Sektoren gibt es eine Wachstumsorientierung. Und zugleich benötigen wir in allen Sektoren die Transformation. Also wir müssen alle Sektoren transformieren, um zum Beispiel die Klimakrise zu bekämpfen. Und die Prinzipien, die ich jetzt gleich vorstelle, argumentieren wir, sollten wir auch in allen Sektoren zurate ziehen. Das sind sieben Prinzipien, die wir erarbeitet haben. Und vielleicht sage ich an diesem Punkt kurz, wir, das sind 15 europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben uns zwar zwei Jahre regelmäßig getroffen und diskutiert und Literatur ausgewertet. Und dieser Bericht ist das Ergebnis davon. Wir haben also sieben Prinzipien erarbeitet für den, wie wir es nennen, digitalen Reset. Und wie ich gesagt habe, diese sieben Prinzipien sollten wir aus unserer Sicht in allen Sektoren anwenden. Das sage ich jetzt nur ganz kurz, was die Prinzipien sind, wieder aus Zeitgründen. Das regenerative Design setzt am Design der digitalen Technologien selbst an, bevor sie genutzt werden. Und das muss regenerativ sein in zweierlei Hinsicht. Zum einen, um ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen. Aber zum anderen auch muss das Design schon partizipativ und demokratisch sein. Ansonsten kann es nicht funktionieren. Das Zweite ist Systeminnovation. Bisher werden digitale Technologien innerhalb der bestehenden Systeme genutzt. Zum Beispiel in der Landwirtschaft gibt es jetzt die Präzisionslandwirtschaft. Das ist aber nicht eine fundamental andere Landwirtschaft, sondern immer noch monokulturelle Produktion. Und was wir benötigen, ist, digitale Technologien mit wirklichen Systeminnovationen zu verbinden. Komme ich gleich in den Sektoren noch zu. Suffizienz bedeutet, Digitalisierung nicht nur für Effizienz, sondern eben auch für ein weniger, für ein Suffizienz oder für ein sehr anders zu nutzen. Wie in der Einleitung schon kurz gesagt wurde, das wäre die digitale Suffizienz. Zirkularität, das ist die Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung zu nutzen, um Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Souveränität ist eine Antwort auf Überwachung. Also immer, wenn wir auch über die ökologische Transformation nachdenken, immer auch darüber nachzudenken, wem gehören die Daten. Diese Daten sollten eben den Menschen gehören oder den Unternehmen, die die Daten generieren und nicht nur einzelnen oder ein paar Großunternehmen. Resilienz bedeutet, wir sollten digitale Technologien dafür nutzen, unsere Ökonomien, unsere Sektoren resilienter zu machen. Zum Beispiel durch eine dezentralisierte Produktionsform, eine stärkere regionale Wertschöpfungskette. Und Gerechtigkeit bedeutet, wir müssen Digitalisierung und Nachhaltigkeitstransformation so gestalten, dass sich der Trend der steigenden ökonomischen und sozialen Ungleichheiten nicht fortsetzt, sondern umkehrt. Das wären also die sieben Prinzipien und jetzt gehe ich in fünf Sektoren wieder kurz rein, um es jetzt auch handgreifbar zu machen. Ja, was bedeutet das? In der Landwirtschaft, ich stelle jetzt immer eine Hauptthese hervor, in der Landwirtschaft sollten wir die digitalen Technologien nutzen, um lokal angepasste und ökologische Landwirtschaft zu unterstützen, anstatt umweltschäftliche industrielle Monokulturen zu optimieren. Diese industriellen Monokulturen zu optimieren, das ist das, was derzeit stattfindet. Und auf der rechten Seite sehen Sie, wie konzentriert der Agrarmarkt oder verschiedene Agrarmärkte sind. Und die Digitalisierung wird derzeit vor allen Dingen, zum Beispiel durch, also am prominentesten durch Bayer, werden digitale Technologien dafür genutzt, um diese Machtkonzentration, diese Marktkonzentration weiter voranzutreiben. Aber die eigentliche Anbaumethode nicht zu verändern. Und wenn man sich anschaut, was für große ökologische Probleme wir in der Landwirtschaft haben, dann ist eigentlich klar, wir brauchen eine starke strukturelle Veränderung. Wir brauchen viel weniger tierische Produkte. Wir brauchen angepasste Anbaumethoden, um Biodiversität in den verschiedenen geografischen Regionen zu fördern. Und das ist in jeder Region etwas anders. Da kann Digitalisierung genutzt werden, aber nicht so, wie es bisher genutzt wird. In der Mobilität, das ist ja auch in Städten extrem wichtig, ist unsere Hauptthese, dass die Politik eine klimaschonende und multimodale, das ist wichtig, Mobilität fördern sollte, anstatt von Hightech-Autoverkehr. Das geht darauf zurück, Sie kennen ja sicherlich alle die Diskussionen und auch ein bisschen die Entwicklung bei den selbstfahrenden Autos und auch selbstfahrenden LKWs etc. Da fließt unheimlich viel Geld rein. Das wird diskutiert seit vielen Jahren. Aber es steht eben in keinem Zusammenhang oder in einem sehr schlechten Zusammenhang zu den Transformationsszenarien, die wir aus Nachhaltigkeitssicht haben. Da ist klar, wir brauchen einen Umstieg vom Auto zum öffentlichen Personenverkehr. Und wir brauchen eine Reduktion der Kilometer pro Person, die zurückgelegt werden. Und da helfen selbstfahrende Autos nur wenig. Es ist auch in allen ernstzunehmenden Nachhaltigkeitstransformationen für die Mobilität klar, dass, wenn selbstfahrende Autos da eine Rolle spielen, dann eine sehr kleine. Das heißt, wir müssen anders darüber nachdenken, wie Digitalisierung genutzt werden kann, um öffentlichen Personenverkehr und eine multimodale Mobilität zu unterstützen. Das bedeutet, verschiedene Verkehrsträger zusammendenken, laufen, Fahrrad fahren, öffentlichen Personenverkehr usw. In der Industrie wird Digitalisierung bisher als Teil von einer linearen Volkswirtschaft gedacht. Ja, wir machen die industrielle Produktion effizienter, aber eben nicht grundsätzlich anders. Stattdessen sollten wir sie für Resilienz und eine zirkuläre Produktionsform nutzen. Das bedeutet, also hier gibt es tatsächlich ein großes Potenzial von digitalen Technologien und insbesondere von Datenverfügbarkeit. Ein gutes Beispiel ist Recycling. Wenn ich was recyceln möchte, dann ist es extrem wichtig, dass ich weiß, wie das Produkt hergestellt wurde und insbesondere, welche Materialien da drin sind. Und das könnte ich durch digitale Möglichkeiten erreichen, dass die Produzenten schon transparent machen müssen, welche Materialien in einem Produkt drin sind. Und dann wissen die Recycler nachher besser, wie sie recyceln können. Das ist die Kreislaufwirtschaft. Wir müssen aber, um Nachhaltigkeitsziele wirklich zu erreichen, darüber hinausgehen und die Expansion der industriellen Produktion jetzt von physischen Gütern kann in Europa auch wieder aus Nachhaltigkeitssicht nicht so weitergehen. Und das stellt die Frage in den Raum, wie können wir unsere Volkswirtschaften wachstumsunabhängiger machen. Das ist eine weitere Debatte, wo ich jetzt nicht ins Detail gehen kann. Vielleicht können wir das gleich in der Diskussion aufgreifen. Energie, auch aus meiner Sicht das schon am längsten diskutierte Feld zur Digitalisierung. Hier ist ganz klar, wir brauchen bestimmte digitale Technologien, um 100 Prozent Erneuerbare zu erreichen. Und zwar vor allen Dingen für zwei Dinge. Zum einen für eine Flexibilisierung, also dass der Strom und die Energie dann nachgefragt wird. Wenn es auch bereitgestellt wird von Wind und Sonne. Und zum anderen, um die vielen Anlagen, die wir schon haben und auch in Zukunft noch mehr haben werden, die vielen dezentralen Anlagen möglichst auch, also insbesondere Solar und Wind, um die miteinander zu kombinieren und ein auch resilientes und stabiles Energiesystem zu ermöglichen. Das ist ja gerade auch wahrscheinlich das heißeste politische Thema in Deutschland, die Frage der Transformation des Energiesektors. Entschuldigung. Der letzte Sektor, die Gebäude, finde ich ganz spannend, weil es aus meiner Sicht recht wenig diskutiert wird, Digitalisierung in Gebäuden. Und hier gibt es drei Aspekte. Also wir brauchen eine neue Datenkultur. Die Daten müssen verfügbar sein für drei Dinge, um den Bau von neuen Gebäuden zu verringern. Und ich glaube, das ist eine sehr andere Diskussion, also aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, als zum Beispiel, wie wir es viel in den Medien hören, zu 400.000 neuen Wohnungen. Dann den Energieverbrauch im Betrieb zu verringern. Das ist sozusagen ein alter Hut und sind sich auch alle einig, zum Beispiel bei einer Optimierung der Heizsysteme. Und das dritte ist, die Ressourcenkreisläufe im Bau und Renovierung zu schließen. Das hat viel mit der zirkulären Produktion zu tun, die ich eben genannt habe. Ich möchte deswegen vor allen Dingen noch eins sagen zu dem ersten Punkt, zu den neuen Gebäuden verringern. Und zwar nehme ich dafür eine Grafik zur Hilfe. Hier sieht man, dass die Entwicklung von CO2-Emissionen aus dem Gebäudebereich von 1990 bis 2018, 1990 also 100 Prozent, und man sieht, dass die Dekarbonisierung, also das ist mehr Erneuerbare, hat dazu geführt, dass die Gebäude weniger CO2 ausstoßen. Dann hatten wir starke Effizienzsteigerungen im Gebäudebereich zum Beispiel, also insbesondere durch Isolierung. Dann hatten wir ein leichtes Bevölkerungswachstum, das ist für Europa hier, was den Energiebedarf in den Gebäuden erhöht hat. Und dann, das ist der vorletzte Balken, kommen wir zu den Quadratmetern pro Person. Und die haben eben stark zugenommen in Europa und hat einen Großteil dessen, was wir an Einsparungen hatten durch die anderen Effekte, zunichte gemacht. Das heißt, da müssen wir ran, wenn wir im Gebäudebereich wirklich unsere Klimaziele erreichen wollen. Und ein großes Problem und ein großer Ansatzpunkt hier wäre, dass es sehr, sehr ungerecht und auch einfach unklug verteilt ist. Es gibt alleinstehende Personen oder Personen mit zwei Haus oder Haushalte mit zwei Personen, wo vorher mehr Leute drin gewohnt haben in den Wohnungen oder Häusern, die viel zu viel Platz haben und es gibt insbesondere Familien, die viel zu wenig Platz haben. Das heißt, hier sollte man das klüger verteilen, wo digitale Technologien helfen können. Ich halte den letzten Teil jetzt wirklich ganz kurz, weil ich eigentlich schon aufhören sollte, wie die Digitalisierung auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden kann, also wie der digitale Sektor selbst so ausgerichtet werden kann, dass er Nachhaltigkeit unterstützt. Und hier sind drei Aspekte zentral. Das erste ist, wieder zur Einleitung zurückkommen, zu Effizienz in digitalen Geräten und Infrastrukturen. Also, dass wir den ökologischen Fußabdruck der digitalen Geräte selbst verringern, nicht nur indem wir sie effizienter machen, sondern auch indem wir zum Beispiel Smartphones länger nutzen oder reparieren. Und das hängt aber damit zusammen mit dem zweiten Punkt, nämlich mit den Geschäftsmodellen der Unternehmen. Solange die Geschäftsmodelle von den großen Tech-Unternehmen darauf aufgebaut sind, immer mehr Smartphones zu verkaufen und dass die Leute immer länger an ihren Smartphones kleben, damit sie mehr Werbung wahrnehmen. So funktionieren nämlich die bisherigen Geschäftsmodelle. Solange wird es schwierig, Smartphones so zu organisieren, dass sie sehr langlebig sind. Und das sind bei anderen Produkten ganz ähnlich. Der dritte Punkt, Datengovenance und KI. Hier ist der zentrale Punkt. Datengovenance wird immer wichtiger. KI wird stark gefördert, aber bisher kaum mit Ausblick auf die Nachhaltigkeitstransformation. Zum Beispiel von der deutschen Bundesregierung wird KI sehr stark gefördert, aber das Geld, das da reinfließt, damit KI für Nachhaltigkeitszwecke genutzt wird, ist ein kleiner Bruchteil dessen, was insgesamt reinfließt. Damit komme ich zum Ende. Wie gesagt, im Bericht gibt es zehn Leitsterne. Zehn ist ein bisschen viel, deswegen habe ich jetzt nur zwei mitgebracht. Wenn Sie die anderen acht noch wissen wollen, schauen Sie gerne in den Bericht rein. Und die zwei, die ich mitgebracht habe, sind zum einen, dass die Digitalisierung eben nicht Selbstzweck sein darf, sondern in der Nachhaltigkeitstransformation untergeordnet werden muss. Und das zweite rekurriert auf die Rolle des Staates und damit auch auf die Rolle der Kommunen, dass ein missionsorientierter Ansatz hier Sinn ergibt. Insbesondere angesichts der Dringlichkeit, die wir haben, können wir also nicht sagen, okay, wir überlassen das dem Markt, sondern darüber nach missionsorientiert bedeutet, wir entwickeln Visionen, wie die nachhaltige Zukunft aussehen kann und welche Rolle Digitalisierung dabei spielen kann. Und dann überlegen wir, wie wir es als Staat vorantreiben können. Herzlichen Dank und ich freue mich auf die Fragen und die Diskussionen. Vielen Dank.